Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS-Family-Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ich bin im Übrigen Anna, vor 16 Jahren noch verzweifelte Mama eines ADHS-Kindes. Heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 20-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Ja, ihr Lieben, die heutige Folge wird einmal nicht direkt ADHS-spezifische Informationen enthalten, aber ich denke, sie ist für viele von euch wichtig. Denn täglich erreichen mich so viele Fragen, was denn nun eigentlich der Unterschied zwischen einem Webinar, meinem Kurs, einem Facebook-Live etc. etc. ist. Außerdem wollen viele wissen, wo ich auf den sozialen Medien zu finden bin, wo der Unterschied zwischen meiner Facebook-Gruppe, meiner Facebook-Seite und meinem Facebook-Profil ist und wie sie mit mir auch außerhalb von Facebook und Instagram in Kontakt treten können. Der heutige Podcast dient also dazu, hier einmal etwas Licht ins Dunkel der verwirrenden Bezeichnungen und all eurer offenen Fragen zu bringen. Und ich werde euch heute auch ein wenig über die private Anna verraten. Aber für diejenigen, die jetzt loslaufen und Schreibblock und Stift holen wollen, das braucht ihr nicht, denn wie immer gibt es ein PDF, in dem ihr alle Informationen, die ihr heute in dieser Episode hört, wiederfindet. Und natürlich verlinke ich zu diesem PDF in den Shownotes. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Zuerst mal zu all den Angeboten, wo man mich sehen und hören oder auch nur hören kann. Und das sind die Webinare, mein Online-Kurs, die Facebook-Lives und die Podcasts. Zu den Podcasts brauche ich euch nicht allzu viel zu erklären, denn einer dieser Episoden hörte ja gerade an. Aber was ich da immer gefragt werde, ist, wo die Folgen überall zum Runterladen sind, das heißt, wo ihr überall meine Podcasts hören könnt. Nun, da gibt es zuerst mal die Möglichkeit, direkt auf meine Seite www.adhshilfenet.net.podcast zu gehen, wo ihr jede einzelne Episode anklicken könnt. Man kann den ADHS-Family-Podcast aber natürlich auch auf sämtlichen Podcast-Portalen finden. Ich verlinke in den Shownotes zu allen Plattformen, auf denen ihr den ADHS-Family-Podcast hören könnt. Egal aber, über welche Plattform ihr euch die Episoden anhört, sie sind immer von drei Dingen begleitet, die ihr allesamt in den sogenannten Shownotes findet. Erstens mal gibt es in den Shownotes ein bis zwei Sätze dazu, worum es in der jeweiligen Folge ganz allgemein geht. Zweitens findet ihr in den Shownotes eine kurze Aufzählung, meistens sind es drei Schwerpunkte, was ihr denn genau in der jeweiligen Folge erfahrt bzw. lernen könnt. Und zum Dritten tue ich euch in die Shownotes immer mehrere Links, die euch weiteres Material zum Thema geben. Das heißt, ich verlinke in den Shownotes erstens mal fast immer zu einem PDF, das die Folge begleitet und in dem ihr dann das Wichtigste zu dieser Episode finden könnt. Um euch dieses PDF runterzuladen, braucht ihr nur den Link, den ich im Podcast erwähne, zu klicken und dann braucht ihr nur euren Vornamen und eure E-Mail-Adresse in das Fenster eingeben, das ihr seht und schon landet das PDF in eurem Mail-Post-Eingang. Und zweitens findet ihr in den Shownotes auch Links zu ähnlichen Podcast-Episoden, zu Buchempfehlungen, zu meiner Facebook-Seite, zu meinen Webinaren, wenn gerade welche stattfinden, zu meinem Online-Training und manchmal auch zu anderen Seiten, wenn dort Hilfreiches geboten wird. Womit wir schon beim nächsten Thema wären, die Webinare. Was genau sind diese Webinare, von denen viele von euch bestimmt schon etwas gehört haben, bei denen aber manche von euch noch nicht dabei waren? Nun, die Webinare sind eine Möglichkeit, um mein Wissen mit euch zum Thema ADHS bzw. ADS zu teilen. Sie finden immer über den Anbieter Zoom statt und wer sich dazu angemeldet hat, bekommt von mir einen Teilnahmelink zugeschickt. Den klickt er dann kurz vor Webinarbeginn und dann erscheine ich schon am Bildschirm. Alles, was dann noch zu tun ist, ist mir zuzuhören. Das heißt, man muss dann nicht wie bei einem Seminar oder wie bei einem Workshop aktiv mitmachen. Allerdings, wer mag, der kann mir am Ende in der sogenannten Frage-und-Antwort-Session auch noch seine Fragen stellen. Die Teilnahme am Webinar ist immer kostenlos und vor allem kann man als Teilnehmer anonym bleiben, da man sowieso ohne Kamera dabei ist. Sehen könnt nur ihr mich, aber ich nicht euch. Und wer Fragen stellen möchte, der tippt die nur in den Chat. Die Webinare gibt es im Übrigen nur zweimal pro Jahr, im Frühjahr eines und im Herbst eins und sie finden immer innerhalb von einer Woche statt. Und zwar am Dienstagabend, am Mittwochabend und am Samstagvormittag, damit jeder einen für ihn passenden Termin findet. Gerade in der vergangenen Woche war so eine Webinarwoche. Aber selbst wenn ihr euch jetzt denkt, so ein Mist, jetzt habe ich es verpasst. Es gibt keinen Grund, sich zu ärgern. Wer möchte, kann sich gerne die Aufzeichnung ansehen und zwar unter www.adhshilfenet.net slash Webinaraufzeichnung. Auch diesen Link tue ich euch in die Shownotes. Nun zu meinem Online-Training, das oftmals mit dem Webinar verwechselt wird. Es handelt sich dabei um einen Videokurs, der zum einen, wie der Name schon sagt, aus einzelnen Videos besteht, natürlich alle zum Thema ADHS und natürlich habt ihr alle ich selbst erstellt. Zum zweiten gibt es dazu auch Begleitmaterial in Form von ausdruckbaren PDFs und Gesprächsleitfäden. Und zum dritten bekommen die Teilnehmer auch meine persönliche Betreuung in Form von Zoom-Meetings und auch den persönlichen Austausch mit mir über WhatsApp oder Telefon, wenn es mal eine ganz dringende Frage gibt. Wie die Webinare findet der Kurs nur zweimal pro Jahr statt, ebenfalls im Frühjahr und im Herbst. Gestern hat der Herbstkurs begonnen und wer noch mitmachen möchte, der kann das natürlich gerne tun, denn gestern war erst die Begrüßung und es haben noch keine Inhalte stattgefunden und heute Abend gibt es dann auch nochmal ein Begrüßungs-Zoom-Meeting. Wer sich mal ein Bild zum Kurs machen möchte, der kann auf www.adhshilfenet.net slash Kurs genaueres nachlesen. Ja, und dann gibt es auch noch die Facebook-Lives. Die finden normalerweise am Montagabend um 20.30 Uhr auf meiner ADHS-Family-Facebook-Seite statt. Zu dieser Seite verlinke ich ebenfalls in den Shownotes. Nachdem aber in den nächsten acht Wochen am Montag immer die Kurs-Meetings sind, finden die Facebook-Lives für die Dauer des Kurses, das heißt bis Mitte, Ende November, immer am Dienstag statt. Aber was genau ist eigentlich ein Facebook-Live? Nun, da könnt ihr mir im Chat ebenfalls eure Fragen stellen und ich beantworte sie eine halbe Stunde lang live und gebe euch dabei Tipps für eure spezifische Familiensituation. Und nachdem wir gerade bei Facebook sind, bleiben wir da auch. Auf Facebook findet ihr mich an drei verschiedenen Orten. Erstens mal in meiner Gruppe ADHS-ADS-Hilfe und Lösungen. Den Link findet ihr klarerweise auch in den Shownotes. Es handelt sich dabei um eine Gruppe, in der sich Betroffene untereinander austauschen können, wobei ich hier, soweit das bei dieser großen Anzahl von Mitgliedern möglich ist, gemeinsam mit meinen Administratoren und Moderatoren darauf achte, dass alle einander einen wertschätzenden Ton entgegenbringen. Denn das ist eine ganz wichtige Grundhaltung. Die sollten wir nicht nur unseren Kindern gegenüber an den Tag legen, sondern auch allen anderen Menschen gegenüber. Die zweite Adresse, an der ihr mich auf Facebook findet, ist meine sogenannte Facebook-Seite, auf der ich erstens ADHS-Informationen mit euch teile, zweitens den wöchentlichen Podcast ankündige und drittens werden über diese Seite die Facebook-Lives abgehalten, von denen ich euch gerade erzählt habe. Die Adresse zur Seite findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und wer ein bisschen etwas von der privaten Anna kennenlernen möchte, der ist herzlich dazu eingeladen, mich auf meinem privaten Profil zu besuchen, zu dem ich ebenfalls in den Shownotes verlinke. Sämtliche Informationen dort sind aber natürlich ebenfalls ADHS-spezifisch. Die zweite Social-Media-Plattform, auf der ihr mich finden könnt, ist Instagram. Dort habe ich allerdings zwei Profile. Und da werde ich immer gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Nun, das eine ist das Pendant zu meiner ADHS-Family-Seite, das heißt zu meiner Homepage, und dort gebe ich auch fast nur ADHS-spezifische Informationen bekannt. Manchmal poste ich dort auch etwas Privates. Das andere Instagram-Profil ist eher der Autorenseite von mir gewidmet. Viele von euch werden ja wissen, dass ich auch zwei ADHS-Bücher geschrieben habe und einen Hunderatgeber. Das erste Buch zum Thema ADHS ist bereits im Jahr 2016 erschienen und es handelt sich dabei um ein Sachbuch in Romanform. Menschen, die sehr viel lesen, werden sich nun fragen, wie das möglich ist, denn entweder ist ein Buch ein Sachbuch oder es ist ein Roman. Doch dieses Buch, das im Übrigen den Titel Ich drehgleich durchträgt, ist wirklich eine Kombination aus beidem, da uns der Elfjährige von ADHS-Betroffene Max in dem Buch erzählt, was er als Kind mit ADHS so alles erlebt und vor allem was dabei in seinem Oberstübchen, aber auch in seiner Seele vorgeht. Der Leser erfährt aber nicht nur, wie Max Bergmann tickt, sondern auch, wie seine Eltern, Max' Bruder, Max' Lehrer und überhaupt sein Umfeld den quirligen Rotschopf wahrnehmen. 2019 ist dann der Nachfolgeroman unter dem Titel Schon wieder hat Max erschienen, wo der Leser Max Bergmann und seine Familie wieder trifft. In diesem zweiten Band begleitet der Leser Max durch den Diagnoseprozess hindurch bis zur Therapiefindung und er begleitet ihn auch durch eine Menge Abenteuer und Hoppelas. Und dadurch, dass Max' Eltern sich zum Thema ADHS einlesen und ihre Erkenntnisse mit den Lesern teilen, erfährt man in beiden Büchern nebenbei die Grundlagen zu ADHS. Ja, und das dritte Buch, das ich geschrieben habe, ist, wie gesagt, ein Hunderatgeber. Auch dieses Buch ist wieder erzählend geschrieben und auch in diesem Buch trifft man wieder auf die Familie Bergmann, die einen kleinen Hund findet und ihn in ihrer Familie aufnimmt. Das heißt, in diesem Buch wird ADHS nicht wirklich thematisiert, sondern es geht ausschließlich um Hundeerziehung. Aber um wieder zu Instagram zurückzukommen, auch auf meinem Autoren-Instagram-Profil finden sich trotz Hundebuch fast nur Informationen zum Thema ADHS. Beide Instagram-Adressen habe ich euch in die Shownotes getan und wer mag, ich verlinke auch zu den drei Büchern, falls ihr einen Blick in das eine oder andere hineinwerfen wollt. So, nun aber zu den Möglichkeiten, wie ihr außerhalb von Social Media mit mir in Kontakt treten könnt. Zum einen könnt ihr mich über E-Mail immer unter anna.adhshilfe.net erreichen und zum anderen können diejenigen von euch, die ein dringendes Problem haben, mir per Mail gerne ihre Telefonnummer schicken. Ich nehme dann per WhatsApp mit euch Kontakt auf, werde euch zuerst bitten, mir euer Problem per WhatsApp kurz zu schildern und dann antworte ich euch per Sprachnachricht. Das ist natürlich kostenlos. Mir ist einfach wichtig, dass ihr bei wirklich schlimmen Problemen sofort mal ein offenes Ohr und Hilfe bekommt. Wenn das meistens natürlich auch nur Hilfe in Form einer Feuerlösch-Aktion ist. Aber, wenn ihr euch wirklich gut über die ADHS bzw. ADS informieren wollt und eurem Kind wirklich dauerhaft helfen wollt, dann geht in ein gutes Elterntraining in eurer Nähe oder nehmt eines meiner länger dauernden Angebote wie die Podcasts, die Online-Trainings oder die Facebook-Lives in Anspruch. Denn nur, wenn ihr wirklich umfassend informiert seid, könnt ihr euer Kind auf lange Sicht so begleiten, dass euer Familienleben trotz ADHS oder ADS einigermaßen entspannt abläuft. Ja, und zu guter Letzt noch ein paar Worte zur privaten Anna. Wer mir schon länger folgt, weiß, und vor allem ihr als Podcast-Hörer wisst natürlich auch aus dem Intro zu diesem Podcast, dass auch ich ein Kind mit ADHS habe. Unser Sohn ist allerdings mittlerweile 20 Jahre alt und ist rundum glücklich und zufrieden, genauso wie sein anderthalb Jahre älterer Bruder. Beide Jungs sind schon ausgezogen, wobei der jüngere von ADHS betroffene Sohn erst im April dieses Jahres in eine eigene Wohnung gezogen ist. Für einen jungen Mann mit ADHS ein sehr zartes Alter, um den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Aber momentan sieht alles sehr gut aus. Und ich frage mich, immer wenn ich seine Wohnung sehe, warum diese wunderbare Ordnung nicht auch in seinem Zimmer möglich war, als er noch zu Hause gewohnt hat. Beruflich hat der Jüngere unserer beiden Söhne seinen lebenslangen Wunsch des Fitnesstrainer verwirklicht. Und der Ältere ist gemeinsam mit meinem Mann in der Photovoltaik-Branche tätig. Beide arbeiten in derselben Firma und mich macht das als Mama und Ehefrau natürlich glücklich, wenn der Papa mit dem Sohn zusammenarbeitet. Ja, ihr Lieben, das war ein kleiner Einblick in unser Leben und in die wesentlichsten Veranstaltungen, Kontaktmöglichkeiten und sonstige Dinge, die ich mit euch teilen wollte. Ich hoffe, ich konnte damit ein wenig Licht in die vielen verwirrenden Ausdrücke und Angebote werfen und freue mich schon wieder auf euch in der nächsten Woche. Denn da wird es um etwas ganz Wichtiges gehen und zwar um den sogenannten Nachteilsausgleich, der euren Kindern in der Schule große Vorteile verschaffen beziehungsweise viel Entlastung bringen kann. Also dann schaltet euch auf alle Fälle nächste Woche dazu, um von diesen wichtigen Informationen nichts zu verpassen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020